Die Zukunft der Volksschule Was gibt es für Parallelen zu der unternehmerischen Welt, zu der Welt in der Schule? Umgang mit schwierigen oder auch sehr vielfältigen Kindern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns auch mit ethischen Fragen der Führung auseinandersetzen. Die Führung zwischen der Realität und dem, wo unsere Chefen mehr in als sie die Realität. Die Ressourcen der Mitarbeiter sind an und an der guten Schule. Ich bringe alles unter einen Hut. Dass wir ihnen die Freude an den Beruf geben können, den ich auch bei mir spüre.